Servus, grüß euch. Also wer eine NVIDIA Karte hat und auch den NVIDIA GeForce Experience Treiber da installiert hat, sollte vielleicht diesen Filter mal ausprobieren. Also am einfachsten ist einmal, ich mache es kurz und schmerzlos, hier drückt es einfach Alt, Set, dann kommt dieses Menü, da gibt es einen Spiegelfilter, den könnt ihr nachher auch mit Alt und F3 öffnen. Es schaut dann so aus, hier geht es auf ein Style, ein Setup, dann fügt sie hier zum Beispiel, ihr könnt einige Filter hinzufügen, am besten Farbe, Einzelheiten, Belichtung, Kontrast hinzufügen, so wie ich es habe. Ihr könnt es nachher auch hin und her schieben, wie ihr es braucht. Dann fangen wir an, also mit der Fahrweite würde ich sagen, geht man her und stellt ein, zum Beispiel die Tönungsfarbe ist 0, die Tönungsintensität, die da auch auf 0 stellen, weil seltsam, das wird einfach ganz grauslich, dann die Temperatur würde ich auch auf 0 lassen. Die Farbeanpassung würde ich aber nachher trotzdem anheben, also da würde ich auf 44% ungefähr gehen, da sage ich was rum, wird nicht so einfach da. Und die nächste Einstellung ist nachher schon zum Beispiel bei den Einzelheiten zu finden, also das Schärfen, 19% habe ich da eingestellt, ich habe da ein bisschen herumprobiert, also wenn du es jetzt zu scharf machst, das schaut nachher nicht mehr gut aus, tut auch noch irgendwann nach der Zeit den Augen weh, also 19% habe ich für mich herausgefunden. Nicht schlecht, die Klarheit könnt ihr noch einstellen, da ungefähr zwischen 57 und 60%, die die da nehmen. Die HDR-Tönung, die würde ich eher zurückstellen, weil seltsam, es wird viel heller dann, also eher würde ich sagen, so bei den 13%, dann schaut es auch ein bisschen natürlicher aus, das Ganze. Die Überstrahlung, die die ganz weg tun, schaut einmal, das schaut schon mal gut aus. Und dann gibt es nachher die Belichtung und den Kontrast, also Belichtung, die würde ich eher nachher minus 1 hernehmen. Und ja, wenn es mich zu viel Lärme stellt, dann wird es zu hell und seht, die Wolken kommen immer viel mehr da, also nachher minus 1, den Kontrast, die würde ich auf 15 einstellen. Und dieses komische Hochbuken oder was das sein soll, vor allem nicht, was das doof übersetzt, das würde ich auf 10% stellen. Ups, oder Öffel, ist ganz egal, das geht ein bisschen schwierig zum Einstellen. Schatten, die die auf 21% herumstellen, wenn es zu viel Schatten einstellen, wird es viel zu dunkel und 60% gehen, dann hat er gleich gar nicht mehr. Aber mit den 21% schaut das eher noch ein bisschen realistischer nachher dann aus. Ihr könnt euch da herumspielen. Gamma, die würde ich dann auf 0 lassen. Und wenn ihr dann auch fertig seid mit dem, würde ich einfach auf fertig drücken, dann auf das X da oben rechts und das schaut so aus. Schaut richtig cool aus. Also normalerweise sollte man die Gegner da viel besser sehen, vor allem in der Warzone ist es ein großer, großer Unterschied. Also müsst ihr unbedingt ausprobieren. Schaut einfach geil aus. Und ja, was ich noch sagen wollte, was ich noch zusätzlich eingestellt habe, ist in den Grafikeinstellungen, wenn man da hergeht, bei Qualität, das Fidelity einstellen und mindestens auf 80%. Und was auch noch sehr hilfreich ist beim Interface, bei der Farbanpassung, die Blauschwäche, weil da waren die ganzen Punkte und Dinge noch ein bisschen greller und dann seht ihr die Gegner noch ein bisschen besser. Also, ich hoffe, es hat euch das Video gefallen und es euch gefallen hat, dass du bitte ein Like da oder vielleicht sogar ein Follow. Ja, danke schön fürs Zuschauen. Euer Beat, Servus, grüß euch.